Hallo alle zusammen. Ich dachte mir, es ist mal wieder Zeit für ein Update. Wie ihr seht, es ist immer noch nicht besonders schön draußen. Es liegt zwar auch kein Schnee mehr, aber so die warme Jahreszeit hat noch nicht begonnen. Ich freue mich also umso mehr darauf, wieder in den Urlaub fahren zu können im Sommer, Sommer, Sonne, Strand. Dieses Jahr wird es nach Lanzarote gehen, nach New York City, eventuell auf die Comic-Con in Stuttgart, also Städtereise und vielleicht sogar noch Ibiza und dann noch Italien. Das sind so die Pläne bisher. Vielleicht ergibt sich ja noch der ein oder andere weitere Aufenthalt. Wir werden es sehen und ich verabschiede mich und sonnige Grüße, auch wenn es hier jetzt gerade nicht so wirklich sonnig ist. Bis dann. Servus Pizzach. Pussi.